Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zum MOC, zum Thema Verwertungsgesellschaften. Mein Name ist Sandra Czilag, ich bin Geschäftsführerin der Literarmechaner und meine Aufgabe ist es heute Ihnen die Welt, Funktionsweise und Aufgaben der Verwertungsgesellschaften zu erläutern. Ich möchte das gerne anhand der Literarmechaner machen. Das ist die Verwertungsgesellschaft, die zuständig ist für die Verwertung von Text im weitesten Sinn. Die Literarmechaner hat im letzten Jahr ihren 60. Geburtstag gefeiert. Sie wurde von Autoren und Verlagen gleichermaßen gegründet, denn bei einer Verwertungsgesellschaft geht es nicht um die Austragung von wirtschaftlichen und sozialen Konflikten, sondern um die gleichgerichtete Wahrnehmung von Interessen nach außen hin. Diese Fahrgemeinschaft hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt, sei es im Verhältnis zu den Zahlungspflichtigen oder auch im Verhältnis zur Politik. Die Literarmechaner ist wie jede andere Verwertungsgesellschaft in Österreich nicht auf Gewinn gerichtet. Jeder Euro, den wir einnehmen, wandert nach Abzug der Verwaltungskosten in den Taschen unserer Bezugsberechtigten. Wir sind zuständig für die Textautoren im weitesten Sinn. Dazu gehören Drehbuchautoren, Dramatiker, Schriftsteller von belletristischen Werken und seit den großen Novellen der 90er Jahre auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Journalistinnen und Journalisten von Printwerken. Uns gehören mittlerweile doch eine ansehnliche Anzahl von Bezugsberechtigten an. Per Ende des letzten Jahres waren es nun an die 22.500 Bezugsberechtigte vorrangig in dem Bereich der Wissenschaft und Journalismus. Wenn Sie sich ein Bild machen wollen über die Funktion und Aufgaben von Verwertungsgesellschaften, dann lohnt es sich, einen Blick auf den Kreislauf des Urheberrechts zu werfen. Den möchte ich Ihnen gerne im Folgenden anhand des Buchverlagswesens schildern. Am Beginn des Werkschöpfungsprozesses steht der Autor, der schafft ein Werk. Im Idealfall findet er einen Verleger, der das Werk in Verlag nimmt. Mit diesem Verleger schließt der Autor einen Verlagsvertrag, in dem sich der Verleger verpflichtet, das Werk zu vervielfältigen und zu verbreiten und im Idealfall auch ein Honorar zu bezahlen. Das Werk wird produziert, kommt in den Buchhandel und findet im Idealfall einen Leser und eine Leserin und einen Käufer. Der Käufer kann entweder der Private sein oder die Universität oder die Schule und über den Buchpreis, der vom Buchhandel kassiert wird, erhält der Verleger das entsprechende Geld und im Idealfall der Autor in Form der Honorarabrechnung. In diesem System sehen Sie, dass eine Verwertungsgesellschaft nichts zu suchen hat. Das machen sich die Player untereinander aus und die Verwertungsgesellschaft kommt erst dann ins Spiel, wenn es um die Bewältigung von Massennutzungen geht. Der Gesetzgeber hat für den Bereich der Privatkopie eine sogenannte Schrankenregelung geschaffen. Es ist in bestimmten Ausmaß zulässig, zu privaten oder zu gewerblichen, zu kommerziellen Zwecken zu vervielfältigen. Für diesen, hier kommt die Literarmechaner ins Spiel, für diesen Bereich oder für diese Massennutzung hat der Gesetzgeber einen Anspruch auf angemessenen Ausgleich geschaffen. In Form etwa der sogenannten Reprografievergütung. Die Reprografievergütung wird geleistet in einem zweistufigen Verfahren. Bei jedem Import eines Vervielfältigungsgerätes, sei es ein Multifunktionsgerät, ein Drucker, ein Faxgerät, ein Scanner, hat der Importeur eine Vergütung zu leisten. Die Vergütung wird geleistet nach Maßgabe eines Gesamtvertrages, den die Literarmechaner mit der Interessenvertretung der Importeure schließt. In diesem Gesamtvertrag werden die Tarifbedingungen und die Tarifhöhe vereinbart. Basierend auf diesem Gesamtvertrag, das ist etwa vergleichbar wie ein Kollektivvertrag im Arbeitsrecht, leisten die Importeure die Zahlung. Die Gelder werden inkassiert von der Literarmechaner und wandern in den Verteilungstopf. Die zweite Stufe dieses Systems ist in Form der sogenannten Betreibervergütung verwirklicht. Der Gesetzgeber sagt nämlich, dass an ganz bestimmten Orten besonders viel kopiert wird und daher haben etwa Schulen, Universitäten, Bildungseinrichtungen ergänzend zur Gerätevergütung eine Betreibervergütung zu leisten. Diese macht sich die Literarmechaner mit den zahlungspflichtigen Einrichtungen aus. Das ist der Erhalter der jeweiligen Einrichtung und basierend auf der Nutzungsintensität, kassiert die Literarmechaner die entsprechenden Einnahmen. Jetzt, wenn wir uns das System weiter anschauen, verteilt die Literarmechaner die Tantiemen an die Bezugsberechtigten nach Abzug ihrer Verwaltungskosten. Und weil es eine Vielzahl von Autoren gibt, eine Vielzahl von Verlegern und eine Vielzahl von Nutzern und zahlungspflichtigen Einrichtungen, agiert die Literarmechaner als Schnittstelle im Kreislauf des Urheberrechts für alle diese Akteure. Über die sozialen und kulturellen Zwecken dienenden Einrichtungen, die sogenannten SKE, leistet die Literarmechaner Unterstützung in sozialen Notfällen. Es handelt sich dabei um umgewidmete Tantiemen-Einnahmen, auf die ich später noch zu sprechen kommen möchte. Es gibt in Österreich acht Verwertungsgesellschaften, die jeweils zuständig sind für unterschiedliche Wahrnehmungsbereiche. Mit Abstand am intensivsten ausgeprägt ist die kollektive Verwaltung im Bereich der musikalischen Verwertung. Die mit Abstand größten Gesellschaften sind AKM und Austromechaner, zuständig für die Wahrnehmung von musikalischen Urheberrechten. Gefolgt von der Literarmechaner unter LSG. Wenn Sie sich ein Bild machen wollen über die Lizenzerträge und Wahrnehmungsbereiche, dann lohnt sich ein Besuch unserer Webseite unter www.literar.at. Dort werden Sie nicht nur weitreichende Informationen zu unseren Wahrnehmungsbereichen erhalten, Sie werden dort auch einen Transparenzbericht finden, der ein bisschen etwas für Zahlenfetischisten ist und wenn Sie ein bisschen mehr an belletristischer Ausformulierung interessiert sind, dann werfen Sie einen Blick auf unseren Geschäftsbericht. Dort werden Sie Zahlen zu unseren Einnahmen finden, Sie werden aber auch Zahlen zu unserer Verteilung finden. Für die Verteilung haben Verwertungsgesellschaften allgemeine Grundsätze und feste Regeln aufzustellen. Die allgemeinen Grundsätze der Verteilung sind in der Folie, die Sie gerade sehen, eingeblendet. Wir verteilen basierend nach Maßgabe des urheberrechtlichen Leistungsprinzips. Das bedeutet, ein Werk, das mehr genutzt wird, hat prinzipiell mehr Anspruch auf eine Vergütung. In manchen Bereichen wissen wir das Nutzungsverhalten allerdings nicht und da in diesen Bereichen helfen wir uns mit repräsentativen Studien, so zum Beispiel bei der Verteilung der Reprografievergütung. Bei uns haben Verlage grundsätzlich Anspruch auf eine Tantieme, allerdings unter der Voraussetzung, dass sich Autor und Verleger darüber geeinigt haben, dass auch eine Anspruchsberechtigung besteht. Das geschieht im Verlagsvertrag. Der Autor überträgt im Verlagsvertrag dem Verleger die Geldentmachung von Vergütungsanspruchen gegenüber der Literarmechanung. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Sie insbesondere an der Verteilung der Reprografievergütung und Bibliothekstandieme im Bereich Fachbuch, Sachbuch, Wissenschaft im weitesten Sinn interessiert. Der Gesetzgeber macht den Verwertungsgesellschaften nicht besonders viele Vorschriften, was die Verteilung angeht. Im Bereich der Reprografievergütung hat ein Werk eines Urhebers allerdings dann Anspruch auf eine Vergütung, wenn von diesem Werk zu erwarten ist, dass es in angemessenem Umfang vervielfältigt wird. Wir bilden diese Erwartungshaltung in unseren Verteilungsbestimmungen ab, indem wir sagen, ein Werk, das im ausreichenden Ausmaß in Bibliotheken einsteht, hat grundsätzlich Anspruch auf eine Vergütung. Voraussetzung dafür ist, dass das Werk gemeldet wird, vom Autor und vom Verleger gesondert. Autor und Verleger haben grundsätzlich Anspruch auf Vergütung unter den schon geschilderten Voraussetzungen. Wenn Sie sich fragen, ob sich das Ganze lohnt für Sie, dann sehen Sie hier in der nächsten eingeblendeten Folie die Vergütungsbeträge, die wir ausschütten für den Buchbereich. Anhand dessen können Sie einschätzen und abschätzen, ob sich der Beitritt zur Literarmechaner lohnt. Das heißt, mit einmaligen Kosten verbunden, verpflichtet Sie im Prinzip zu nichts. Die einmaligen Kosten sind 20 Euro, die Sie zu Beginn und bei Abschluss des Wahrnehmungsvertrags zu überweisen haben. Um an der Ausschüttung teilzunehmen, müssen Sie eine Meldung bei uns rechtzeitig abgeben. Dazu haben Sie drei Jahre Zeit ab Erscheinen des Werks und Sie erhalten die Ausschüttung mit Ihrem Vergütungsbetrag jeweils im darauffolgenden Jahr im Juni oder im November. Meine Damen und Herren, ich lade Sie ein, werfen Sie mit mir noch zum Abschluss einen Blick auf unser SKE-Programm. Wir vergeben bis zu 20 Stipendien an hochqualifizierte Wissenschaftler und Doktoranden. Sie können sich um ein Stipendium bewerben. Wir haben bestimmte Bewerbungstermine, die Sie auf unserer Webseite finden. Das Ausmaß der Stipendien ist bis zu sechs mal 1.500 Euro. Aus den SKE erhalten unsere bezugsberechtigten Unterstützung in sozialen Notfällen. Das trifft auch auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu. Unser COVID-19 Sonderfonds hat auch Leistungen für Haupt- und freiberufliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geleistet für den Fall eines Einkommensentfalls oder für den Fall, dass Sie in eine Notlage gekommen sind. Abschließend möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Besuchen Sie unsere Webseite unter www.literar.at. Zögern Sie nicht, mich selbst oder unser Büro zu kontaktieren. Wir sind für Fragen offen und stehen Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank.